Okay, wir werden dann irgendwann so, wie Sie es ausbehalten haben. Und denkt man, das ist aber schön langsam, der hat schon fest zum Nachdenken. Wir erzählen euch die Geschichte und fangen vom Anfang an. Von unserer schönen Kirche, die ist auch gar nicht lang. Der Schinkel hat's erfunden und Preußen hat geblecht. Das freut uns in Großbeeren, dem Herrn, dem ist das Recht. Das freut uns in Großbeeren, dem Herrn, dem ist das Recht. Das ist jetzt schon die Zweite, die Erste ging kaputt. Im Siebenjährigen Kriege, da wurde sie zu Schutt. Als Österreich mit Russland den Friedrich Beiner schlug. So was passiert bis heute, wir Menschen wären nicht klug. So was passiert bis heute, wir Menschen wären nicht klug. Dann kam schon 1813 der Krieg hierher zurück. Der Franzmann hat verloren, das hat Berlin beglückt. Die Kirche wurde gebaut, das Siegesfest fing an. Wir feiern es bis heute, erinnern uns daran. Wir feiern es bis heute, erinnern uns daran. Doch Preußen, das ist geizig, der Schinkel musste sparen. Die Sanieren muss immer werden, das macht uns ganz schön arm. Seit Prediger Schulzes Zeiten, haben wir hier repariert. Das nächste ist die Heizung, spenden werden akzeptiert. Das nächste ist die Heizung, spenden werden akzeptiert. Auch Diebstahl hat's gegeben, der Schlimmste davon war. Vor 45 Jahren, das Bild von dem Altar. Die Stasi hat's genommen, ob's wahr ist, ist nicht klar. Schreik mir es zu, zu trauen, schön wär's, wär's wieder da. Schreik mir es zu, zu trauen, schön wär's, wär's wieder da. Es fehlte einst ein Fenster, was Buntes oder so. Drum schrieb der Rat der Kirche ein Brief an Wilhelm II. Oh, durchlaucht unser Kaiser, du bist so grandios. Spendier uns doch die Gläser, der fand das ganz famos. Spendier uns doch die Gläser, der fand das ganz famos. So wurde unsere Kirche ganz ausgezeichnet schön. Die Orgel auch begeistert mit wunderbaren Tönen. Doch ist sie recht empfindlich, wegen der Luftfeuchtigkeit. Dann müssen wir halt frieren, wenn's draußen stürmt und schneit. Dann müssen wir halt frieren, wenn's draußen stürmt und schneit. Die Kunst, die ist uns wichtig, der liebe Gott noch mehr. Wir taufen und wir trauen, das freut den Herrn gar sehr. Doch sonntags früh um 10 Uhr bleiben meistens Plätze frei. Da ist noch Luft nach oben, drum Leute, kommt herbei. Da ist noch Luft nach oben, drum Leute, kommt herbei. Wir haben auch neue Glocken, den Spendern, den sei Dank. Die wurden jüngst gegossen, aus Bronze blitzeblank. Auch wenn die Denkmalschützer den tauschen und tolerieren. Die Kirche stand aus Preußen, sie stand zur Kaiserszeit. Sah Weimar, sah die Nazis, hielt aus und war bereit, den Menschen Trost zu geben, auch in der DDR. Wir schaffen auch Corona und fällt es uns auch schwer. Wir schaffen auch Corona und fällt es uns auch schwer. Die Zeit geht immer weiter, das Lied ist nun zu end. Bald könnt ihr weitergehen zum nächsten Licht-Event. Der Herr, der mög' euch segnen, wenn ihr dann geht nach Haus. Wenn's schlimm war, bleibt doch höflich, wenn's schön war, gibt ein Platz. Wenn's schlimm war, bleibt doch höflich, wenn's schön war, gibt ein Aus. Untertitelion. Untertitelion. Untertitelion.